So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und ich bereite euch immer noch Videos vor, gerade für die Zeit, wo ich nicht da bin, wo wir wandern sind mit Natururin und Flatti, weil ich nicht genau weiß, wie lange die zwei jetzt bleiben und ich hätte nicht direkt davor jetzt erst essen sollen. Jetzt habe ich hier noch mit dem Essen zu tun. Thema, Satz müssen wir auch nicht zu Ende reden, Thema ist meine Shiny-Sammlung. Ich sehe es immer wieder, wenn wir streamen, gerade in den Spotlight-Stunden, kommen immer Leute und fragen, hast du das Shiny schon oder kannst du mal deine Shinies zeigen und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, das wird, glaube ich, am Samstag kommen und Samstag ist so viel Zeit, sonst haben wir da immer Rates für Zuschauer und nachmittags noch was und abends noch was. Kein GPS, sehr schön, Schilling lässt grüßen. Deswegen habe ich gedacht, werde ich dieses extra Spezial Deluxe, super heftige, krasse Video, was einfach zehn Jahre geht, für Samstag aufnehmen. Bei mir ist jetzt Dienstag, Dienstag, heute Abend kommen die und ich werde das jetzt aufnehmen. Mal gucken, wer sich wirklich das ganze Video gibt, wer sich alles anschaut, wer wirklich alles schaut und alles aktiv verfolgt. Dann gibt es nämlich vielleicht noch eine kleine Überraschung. Wir geben jetzt also Schillern ein, wir haben insgesamt 1934 Shinies. Viele natürlich doppelt, viele natürlich auch vom Sea Day, auch von wiederkehrenden Sea Days. Ich glaube, da könnte man mal ausmisten und ganz viele einfach wegschmeißen, weil der Platz im Beutel sonst nämlich zu wenig wird. Ich kann aber gleich vorweg sagen, ich habe theoretisch alle Shinies, die es gibt. Auch kostümierte Shinies, auch Event-Shinies, vorübergehende Raid, Eier, sonst was, überall. Und ich bin nicht so einer, der eins nimmt und durchentwickelt und sagt, fertig, ich möchte immer die Familien komplett haben. Deswegen gucken wir uns das alles mal an. Angefangen hier zum Beispiel mit Bisasam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so drauf soll und durchswappen. Ihr habt auf jeden Fall Bisasam, Sea Day Pokémon, werden viele von euch haben. Dann gab es Bisasam hier mit diesem Partyhut. Gut, ich warte immer noch drauf, dass sie irgendwann Despo da mit Weihnachtsmütze bringen. Das wäre lustig. Dann haben wir hier Bisasam mit diesem Pikachu-Cabby. Ist vom Go-Fest auch gewesen. Wir haben Bisasam-Shiny hier im Halloween-Kostüm. Dann die Weiterentwicklungen, auch natürlich Shiny. Glumanda. Und ich glaube, bei Glumanda kann ich jetzt erstmal zwei Jahre rüber scrollen, weil wir so viele Glumanda haben. Dadurch, dass Glumanda schon zweimal einen Sea Day hatte. Oh mein Gott. Oh, jetzt, das ist dann wichtig. Wir haben auch Glumanda natürlich mit Partyhut. Wir haben auch Glumanda natürlich vom Go-Fest mit diesem Pikachu-Visier. Wir haben sogar zwei. Wir haben auch Glumanda hier von Halloween mit diesem Tragosso-Kostüm. Glutexo am Start, schwarzes Glurak am Start. Bei Glurak, weil das so ein cooles Pokémon ist, habe ich mir sogar mal rausgenommen, das für den Premier Cup ein bisschen zu modellieren. Deswegen steht auch Prem dran. Dann, das haben wir, Shigi. Shigi hatte ja einen besonderen Sea Day damals. Man konnte Shigi wild fangen. Und auch als Shiny bekommen. Und über Feldforschungen an dem Tag gab es Shigis mit Sonnenbrille, die auch Shiny sein konnten. Jetzt haben wir also normale Shigis und Sonnenbrillen-Shigis. Als Shinis. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Wir haben auch das Partyhut-Shigi. Wir haben das Go-Fest-Shigi. Wir haben das Halloween-Shigi. Müsste das sein. Genau, da ist es. Beste Internet ever. Wir haben Shilok am Start. Auch Shilok mit Sonnenbrille. Wir haben Tour-Dog. Wir haben Tour-Dog mit Sonnenbrille. Das ist das Tour-Dog übrigens, was ich zum Mega-Tour-Dog entwickelt habe. Was jetzt auch nur noch 40 braucht zum Entwickeln. Weil das eben ein Hunderter ist. Ein hundertprozentiges. Das Handy hängt natürlich wieder ohnmächtig in der Gegend rum. Dieses Tour-Dog wurde am, aha, schön, dass der Ort dabei steht. Ein hundertprozentiges Tour-Dog war, hier unten müsste es aber stehen, Hildburghausen, Thüringen. 8.7.2018 ist halt schon etwas her. Das Besondere war damals auch, gerade wenn man die Feldforschung gemacht hat, da war ein Shiny-Sonnenbrillen-Shigis drin. Konnten alle, die sich an diesem Stop, aus dieser Aufgabe, das Shiggy abgeholt haben, das Shiny bekommen. Das war nicht individuell, wie wilde Shinies, sondern die waren an dem Tag wirklich, wenn einer eins gefunden hat, konnten alle dahin und konnten an diesem Stop das Shiny bekommen. Das gab es bisher nur einmal. Das habe ich nie wieder erlebt, dass es sowas gab. Raupi haben wir hier natürlich. Safcon haben wir dabei. Smetbo haben wir dabei. Dann geht es weiter mit Hornliu. Hornliu mit Partyhut wäre lustig. Da ist das ganze Hornliu einfach weg. Hornliu, ja, hatte natürlich auch einen Seed-Day, wie man sieht. Deswegen dauert das hier ein bisschen. Hä? Was ist denn da los? Hornliu, Bibor. Kommt da nicht noch was dazwischen? Habe ich echt? Alter, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe wahrscheinlich, achso, ja, nee, habe ich nochmal weiterentwickelt oder so. Das heißt, ich könnte jetzt nachträglich aber trotzdem das höchste Hornliu, was ich habe, nehmen und könnte das wenigstens einmal entwickeln zu Kokuna. Dass wir die Familie wieder vollständig haben, weil das ist mir ja wichtig. Ich will ja die Familie vollständig haben von allen. Was bringt es mir, wenn ich 50 Hornlius habe, aber kein Kokuna. Oder habe ich das sogar damals vergessen zu entwickeln und hatte noch nie eins. Aber ich habe ja Bibor, also müsste ich auch Kokuna gehabt haben. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Kokuna sieht jetzt aus wie ein Safcon. Das haben sie sehr schön gemacht. So, dann geht es weiter. Aber hier mit Taubsee. Taubsee, das Pokémon. Schlechthin für viele. Äh, Taubsee, Taubboga. Und natürlich Taubboss. Für den Flugcup mit Spezialattacke auch. Radfratz ist am Start. Alola Radfratz ist am Start. Natürlich auch die Weiterentwicklungen dürfen nicht fehlen. Radikal. Radikal mit Partyhut. Das dürfte dann das Alola sein, oder? Oder, oder, oder? Ja. Ist das hässlich? Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Alola Radikal auch am Start. Dann haben wir hier ein, äh, so. Ja, Habitag. Abok, schön, wenn der Name nicht da steht. Habitag am Start. Ibitag am Start. Ibitag auch von Till damals bekommen. Deswegen habe ich dem auch, ähm, gerade bei den Evolis und so weiter geholfen. Oder was das war. Rettan, hier. Abok, hier. Pikachu. Pikachu ganz besonders auch. Ihr habt das normale Pikachu. Männlich und weiblich. Da ist ja der Unterschied auch beim Schwanz. Ihr seht, der Schwanz hier ist gezackt. Und hier ist so eine Herzform drin bei dem Weiblichen. Dann haben wir Pikachu in der Wintermütze. Wir haben Pikachu mit dem Partyhut. Pikachu mit der Ashcap, ja. Pikachu mit, äh, dem Hexenhut. Pikachu mit dem Strohhut. Pikachu mit der SS-Kappe. Gab's ja damals bei der Mac in Erfurt. Wo es auch MAG als Buchstaben gab. Bei Icognito und das Ausrufezeichen. Dann habt ihr Pikachu mit dem Blumenkranz. Äh, Pikachu mit der Wintermütze. Mit dem, äh, Dings. Wie heißt's? Jetzt hab ich's vergessen. Mit dem One-Piece-Hut. Ja, wenn man das so sagen kann. Nochmal hier mit einem anderen Partyhut. Mit einem Sonnenbankflavor-Stroh-Pflanzenhut. Also das wird immer komischer, diese ganzen Kostüme. Ah, Bierkackschuh mit einer Melone auf dem Kopf, ja. Also hat so einen alten richtigen Gangster-Hut auf dem Kopf. Dann habt ihr's hier natürlich mit, äh, mit Glurak-Mütze. Mit Nachtara-Mütze. Mit Rai-Quasa-Mütze. Mit, äh, Lucario-Mütze. Irgendein Weltreise-Cap. Wie auch immer. Boah. Neujahrs-Zylinder ist auch am Start. Das Halloween-Pikachu. Von hier noch, ne. Das fliegende Pikachu in den Ballons. Das find ich ja besonders cool. Ähm, das Safari-Pikachu. Was hier ein Walmer umgeschnallt hat, ja. Dann das andere Winter-Pikachu. Wie man das auch nennen mag. Dann haben wir natürlich ein paar Raichus hier drin. Auch ein paar mit Kostümen. Ein paar könnten wir, wo man die doppelt haben, könnten wir die auch noch entwickeln. Genau, wir gehen jetzt mal weiter. Hier Alola-Reitschuh. Das zählt als sich. Sandan ist da. Normal und Alola. Und natürlich auch die Weiterentwicklungen. Sandama, Normal und Alola. Ihr habt Nidoran. Wisst ihr, das Blaue wird als Shiny dann rosa. Nidoran, Nidorina und Nidoqueen. Was richtig giftig aussieht, ja. Kennt ihr das? Die Stiefmutter unter den Pokemon. Nidoqueen, richtig giftig. Und das Rosane oder Lilane wird halt dann einfach blau, weil es das Männliche ist. Und ich finde auf jeden Fall Nidoking tausendmal geiler als Shiny. Ihr seht auch die Weiterentwicklungen hier. Hä? Nidoran. So. Nido? Rino? Hä, wo ist der denn? Da, jetzt geht's ab. Nidorino sieht schon gut aus. Wird einfach nur grau. Verliert an Farbe. Nidorino mit Partyhut. Den habe ich komplett vergessen. Nidoking. Der ist auf jeden Fall, der ist richtig saftig. Sagen wir mal dazu, ja. Pipi haben wir hier am Start. Ähm, das ist alles nach Pokédex geordnet. Deswegen seht ihr die Babys jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall. Pipi ist am Start. Pixi ist... ...in ein Licht getaucht. Pixi ist am Start. Wul-Pix. Iiii. Wulpix ist am Start. Und Alola-Wulpix. Auch die Weiterentwicklungen natürlich. Wulnona am Start. Und... Alola-Wulnona. Wulva. Pummeluf mit den grünen Pfeffi-Augen ist am Start. Wir haben... ...irgendwann auch Knuddeluf. Moment. Ich glaube, da muss ich wirklich... Ich glaube, ich muss 10 Stück wegschmeißen von allen hier. Knuddeluf. Auch am Start. Zubat. Schön. Pfeffi-Grün. Das sieht richtig gut aus. Zubat-Goldbart. Richtig geiles Zeug. X-Bart sieht wieder richtig mies aus. Also entwickelt kein X-Bart. Wenn ihr nur eins davon habt, lasst das bitte so. Oder so, dass es nach was aussieht. Miraplar. Am Start. Haben wir hier auch ganz viele. Da habe ich sogar geguckt. Die Weiterentwicklung. Du-Flor. Männlich und weiblich unterscheiden sich nämlich auch nach der Blüte hier oben. Ihr seht hier bei diesem Du-Flor, das ist ein männliches. Das hat lauter kleine, weiße Punkte auf seinem Kopf. Wenn wir jetzt hier gucken, das ist das weibliche. Das hat immer nur einen Punkt an jeder Knolle. Dafür einen riesengroßen. Also seht ihr den Unterschied. Lauter kleine Punkte und hier immer einen riesengroßen. Den Unterschied haben wir auch bei Giflor. Wenn ihr hier das männliche habt, hat das hier oben drauf auch lauter kleine Punkte. Und das weibliche hat einfach riesen Flatschen. Ja. Frauen. Weiblich. Riesen Flatschen. Dann haben wir Paras. Gab es ja erst beim Kando-Event neu eingeführt, dass alle restlichen Pokémon der Kando-Region Shiny waren. Paras also am Start gewesen. Parasek ist hier. Blutzug wurde eingeführt. Neben Blutzug, das ist sehr speziell jetzt, haben wir auch ein Shiny-Krypto-Blutzug. Guckt euch das an. Hat plötzlich wieder rote Augen. Weil Kryptos haben immer rote Augen. Man erkennt es aber an der blauen Nase. Also Krypto-Blutzug, Shiny hier normales Shiny-Ommot dabei. Diktar. Shiny. Alola-Diktar. Shiny. Dann Diktri. Shiny. Und Alola-Diktri. Shiny. Mauzi. Alola. Mauzi. Äh. Snobili-Kat. Plus Alola-Snobili-Kat. Genau. Hm. Bäh. Hm. Bäh. Also da kann man deutlich den Unterschied sehen. Anton ist am Start. Das Eisbombom gab es damals. Safari-Zone. Brasilien. Ähm. Habt ihr. Anton. Entoron. Menki. Menki Boom. Gab es ja beim Kampf-Event damals. Menki und Macholo sind beide gekommen. Menki seitdem immer wieder ausgepackt. Menki hier ras auf am Start. Fucano. Akani. Quapsel. Bei Quapsel. Bei Quapsel musste man sich auch wieder entscheiden. Macht man ein Quapuzzi. Dann zu Quapo. Oder zu Quaxo. Bisher sieht ja alles noch sehr unrealistisch aus. Erkennt man gar nicht, dass das Shiny sind. Aber dann Quapo. Einfach als grünen Draufgänger. Sah auf jeden Fall verdammt gut aus. Also mir gefällt das Pokémon insgesamt Quapo einfach besser als Quaxo. Deswegen hätte ich, wenn ich nur eins gehabt hätte, zum Entwickeln, hätte ich auf jeden Fall das hier genommen. Der Unterschied zwischen Quaxo, Normal und Shiny ist trotzdem natürlich enorm. Dann habt ihr Abra auch wieder Seaday-Pokémon. Können wir also wieder durchwischen, bis die Finger wund sind. Abra, Kadabra und Simsala. Uh, wer hat sich das denn ausgedacht? Mann, 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 Mann. Ich würde ja gern mit meinen mobilen Daten das alles machen. Dann würde das auch besser laden und würde besser aussehen. Aber ich brauche das WLAN, um den Bildschirm vom Handy zu übertragen. So, Kadabra sieht man nicht. Simsala ist rosa. Das wisst ihr ja. Vertraut ihr mir, dass das ein Kadabra ist? Ja? Und es nicht einfach nur so heißt, wie es da steht? Ah, Römild. Junge. Gut, Simsala ist da. Mach-hollo. Haben wir hier einen ganzen Sack voll auch mittlerweile. Mach-hollo. Mach-hollo. Mach-hollo, wie auch immer. Mach-hock oder Mach-hock. Hack-stock. Digga. Manche älter, manche neuer. Hey, der Ramses, der wischt immer nach links und dann direkt wieder nach rechts zurück, dass es so aussieht, dass das mehrere wären. Oh, da war Mach-hollo, Mach-hock und Triple H. Weil ich den nämlich immer für die Hyperliga genommen habe. Deswegen heißt der Triple H. Hier noch ein paar andere. Dann haben wir Knofenza. Wir haben Ultrigaria. Finde ich sehr schön, dass das von diesem Zitronengelb in dieses Limettengrün gewechselt ist. Als Shiny. Das hat 10, ja. Finde ich auch als Shiny-Farbe eigentlich ganz cool, weil das passt. Pflanze Gift, denn das sieht wirklich richtig giftig aus. Ihr habt Tentara dabei. Wir haben Tentoxa dabei. Auch diese Edelsteine, die er da am Körbis hat, sehen auf jeden Fall richtig krass aus. Kleinstein, dieser Goldklumpen, super genial. Kleinstein. Alola Kleinstein. Und natürlich Georock. Georock. Alola Georock. Ja, mit Haare dran. Geowatz. Und Alola Geowatz. Ja, mit Bart dran. Bonita. Da habe ich am Dienstag auch noch die Forschung gemacht mit dem Shiny-Gala-Bonita. Hab zwar keins bekommen. In der Forschung dort. Hat er aber dann schon zwei. Hab das am Dienstag also entwickelt. So könnte ich das euch hier auch zeigen. Ihr habt ja so Bonita und das Gala-Bonita. Und das Galoppa und das Gala-Galoppa. Fleckmon haben wir am Start. Fleckmon auch mit Kostüm. 2020, als das Jahr verabschiedet wurde. Lamos ist hier. Lamos auch mit Kostüm. 2021. Magnetilo. Magneton. Und macht kein Magnetzone. Die schöne Farbe geht dann wieder weg. Porenta ist am Start. Dodo ist am Start. Hier auch der Unterschied wieder zwischen männlich und weiblich. Das weibliche hat einen sauberen Hals. Ja, das ist ja immer sehr bedacht auf Pflege. Während das männliche einfach einen schwarzen, einen rahmschwarzen Hals hat. Weil es überall seinen Kopf reingesteckt. Und dann ist euch das schon mal aufgefallen, der Unterschied. Weiblich nix. Männlich dreckig. Das geht hier auch weiter. Weiblich. Gut, es hat schwarze Haare und einen schwarzen Rock an. Aber der Hals ist weiterhin sauber. Während beim männlichen der Hals schwarz ist. Fertig. Juro. Habe ich im Minicub gespielt. Jugong. Slimer. Guck mal, wie groß und prächtig dieses Pokémon ist. Und dann kommt Alola Slimer. Und es ist einfach nur klein und mickrig. Ich habe es nicht verstanden. Da hilft ihm auch sein Senfbart nicht. Ich bin mächtig. Nein. Bist du nicht. Doch. Weil Alola Slimer ist am Start. Und dann haben wir natürlich Slime Mock. Slime Mock. Slime Mock. Ah Mann, dieses Drecks. Hier, Slime Mock auf jeden Fall. Was ein Brüller. Und Slime Mock, das ist wenigstens fast gleich. Könnte man sagen. Das ist trotzdem größer. Aber dieses Regenbogenfarbene ist auch sehr cool. Muschas ist hier am Start. Schön in Orange. Wird dann so ausdoss. Ausdoss richtig schön blau. Sattes Blau. So muss das aussehen. Nebulak war mal selten. Hat dann auch seinen C-Day bekommen. Viele haben sich gefreut. Natürlich Nebulak. Dann alle so. Nebulak. Also Nebulak auch dabei. Alpollo dabei. Was dann eine blaue Zunge hatte. Also wenn ihr hier reinguckt. Bäh. Ist ja eigentlich rosa die Zunge. Ist dann blau. Gengar habt ihr dabei. Und da kommt jetzt auch gleich das nächste Kostümierte. Nämlich Gengar mit Partyhut. Richtig genial. Gengar mit Kostüm. Vielleicht sollte ich aufhören ins Mikrofon zu pfeifen. Onyx ist am Start. Das ist auf jeden Fall. Onyx hat eine erhöhte Shiny-Rate. Ja. Wir müssen es nochmal dazu sagen. Traumato ist dabei. Hypno ist dabei. Krabbi ist dabei. Ich habe mein Glücks-Shiny-Krabbi damals dann verschickt glaube ich. Außer es taucht hier doch auf. Nö. Der habe ich weg. Weil finde ich hässlich. Lucky. Lucky Shinies. Hässlich. Weg. Weg damit. Jetzt hat es. Es ging sich aus. Die Familie ist trotzdem voll. Krabbi am Start. Kingler am Start. Voltoball haben wir hier noch. Einen ganzen Sack voll. Elektroball auch am Start natürlich. Owey. Kukowai. Alola Kukowai. Ja. Guckt mal hier hinten da wie das guckt. Ihhh. Weil was es da für einen komischen Knutschmund hat. Ähm. Noch mehr Alola Kukowai. Tragosso. 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 Knogga. Alola Knogga. Mhm. SSS. Das steht also wieder für Superliga normalerweise. Kikli. Ramon. Nokchan. Haben wir auch dabei. Ähm. Schlurp. Da freut sich der ist wo immer. Wir sind immer noch bei Generation 1. Schlurp. Smogon. Smogmog. Rihorn. Aber ist auch wieder Seaday Pokémon gewesen. Dann. Was heißt dann. Es wurde zum Seaday eingeführt als Shiny. Trotzdem das war ein Seaday den man sich hat schmecken lassen. Äh. Jetzt wäre es noch cooler wenn es den jetzt gegeben hätte für die XL Bonbons. Hier Rizaros auch. Schöne Farbe eigentlich. Schanera. Schanera mit Blumenkranz. Ganz wichtig. Überlebensnotwendig. Tangella. Ja gut. Tangella. Stimmt. Sinoentwicklung kommt wieder später. Kangama. Äh. Seepa. Sebeer. Seemon. Nochmal. Hm. Goldini. Golking. Oder auch Pupsini genannt. OpenSeatDay. Also. Sterndu. Stami. Pandimos. 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 Sichlor. Sichlor ist wie Onyx. Auch geboostete Shiny-Rade natürlich. Wenn da Event war und die kamen auf. Müsste jeder eins gekriegt haben. Sichlor. Rossana. Sieht ja eigentlich auch nicht verkehrt aus. Ist ja trotzdem lieblich. Elektek hatte natürlich dann auch seinen Z-Day. Deswegen ist er hier auch. Wieder ein ganzer Sack voll. Ganzer Sack. Voller Elektek. Ja ja ja. Ja ja ja. Ihr seht das ist auch schön geordnet. Auch WP. Das wird immer weniger. Magmar. War ja auch Z-Day. Das heißt wir können wieder ein bisschen wischen. Bis der Bogen kleiner wird und schrumpft. Jetzt ist der Bogen schon auf der Hälfte. Oh mein Gott. Das wird immer weniger. WP-30. Pinsir. Kriegt ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Tauros am Start. Mit drei Schwänzen. Gleichzeitig. Carbador. Und das war auch nur Zufall. Den habe ich nämlich geklickert. Ohne Spaß. Ich habe geklickert und immer so geguckt. Am Super-Z-Day war das oder irgendwas. Oder vielleicht war es am Carbador-Z-Day. Ich habe keine Ahnung wann das war. Auf jeden Fall ist der Event Dezember Community Day. Und jeder der im Stream dabei war hat gesehen, ich habe meinen Clicker angehabt und das hat nebenbei einfach ein bisschen gefangen. Dann habe ich so, ach guck mal einen Shiny gefangen. Und dann, oh 100%. Das ist ja richtig krass. Nehmt man mal mit. Warum nicht? Ansonsten haben wir noch andere Carbador's. 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 Ne, zu Lörris kommen wir nachher noch. So, Carbador. Wir sind immer noch in Gen 1. Oh mein Gott. Immer noch geht eins hier. Garados. 100% auch als Mega-Entwicklung gemacht. Und mit Best-Buddy-Schleife auf Level 50. 3.800. So muss das aussehen. Hier noch ein Glücks-Garados. Kann eigentlich weg. Labras habe ich auch in der Hyper-Liga immer mal gespielt. Eisspäter, Eisstrahl. Ab und zu finde ich eigentlich auch sehr cool. Die Farbe auch noch als Glücks-Pokémon. Weil das ist ja groß und wuchtig. Da kann man das ja mal machen. Ditto. Tix-Kiex-Lord habe ich gesehen. Hat sein Ditto getauscht. Im Glückstausch mit dem anderen. Und dessen Shiny Ditto. Ihr wisst, wie ich zu Hintergründen stehe. Ich lasse lieber das so, wie es ist. Ditto, Shiny. Hast du nur einmal. Also, her damit. Evoli. Oh mein Gott. Ich glaube, Evoli, das kann auch ein bisschen jetzt dauern. Evoli hatte ja auch einen Z-Day. Der zwei Tage lang ging. Ja. Ihr habt ja auch Evoli mit Blumenkranz. Evoli mit Partyhut. Aquana. Aquana mit Blumenkranz. Blitzer. Blitzer mit Blumenkranz. Flamara. Flamara mit Blumenkranz. Porygon. Über die ganzen Aquana. Ach, über die ganzen Evoli-Entwicklungen haben wir ja letztens erst ein Video gemacht, wo ich die alles entwickelt habe. Auch auf Level 50 gezogen und so weiter. Deswegen halten wir uns da nicht so sehr auf. Porygon ist hier dabei. Hatte ja auch seinen Z-Day. Und ihr seht wirklich, ich muss mal ausmisten. Ich hätte fast die 2.000 voll, aber was bringen wir 2.000 Shinies, wenn, ja, nee, kann ruhig weg. Amonitas am Start. Amoroso am Start. Kabuto am Start. Kabu-Tops am Start. Das Einzige, was bisher wirklich nicht angezeigt war, war das Kadabra. Äh, Aero-Kack-Sprühl. Ja. Also Daktül steht da. Rumse-Biene. Ein shiny Relaxo. Dank Marco auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, jetzt in der Jahreszeit der Entdeckung oder wie das Teil heißt, gibt es wieder Relaxo-Spawns. In der legendären Jahreszeit gab es im Prinzip keine Relaxo-Spawns. Jetzt gibt es die wieder. Man hat also wieder die Möglichkeit, ein shiny zu bekommen. Und vielleicht, wenn ich eins bekomme, gebe ich ihm das natürlich zurück. Natürlich kriegt er dann richtig fettes, großes, saftiges. Arctos ist am Start. Lucky Arctos. Das habe ich immer so gemacht bei den legendären Zapdos. Lucky Zapdos. Da kommt natürlich noch Lavados. Lucky Lavados. Ihr habt Dratini. War auch C-Day-Pokémon. Da wird es auch einige geben. Mein Gott. Wird mir schlecht, wenn ich das immer so rüberwische. Dragoneer. Dragoran. Shiny Mewtwo. Wer kennt noch den Stream auf der Suche nach 100% Mewtwo? Und ich hatte einen 98er Shiny im Fangbildschirm und bin einfach geflohen, weil ich gesagt habe, nein. Ich will einen 100% Mewtwo und keinen 98er Shiny und alle, nein, warum hast du das stehen lassen? Bist du verrückt? Das wäre erst da bald drin geblieben. Ja, aber ich wollte, ich durfte keinen Cooldown auslösen. Ich wollte raiden, 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 bis das 100er kam. Hat 783 Anläufe dann gebraucht. 783 Raid. 783 Euro. Aber ich hatte 1000 aufgeladen. Da kam das. Und deswegen das beste Shiny, was ich hier habe, ist ein 96er. Dann habt ihr natürlich trotzdem noch weitere Scheinlichs von Mewtwo hier mit Wetterboost. Mit ohne Wetterboost. Und dann kommen wir noch, also Gen 1 müsst ihr jetzt abschließen mit Mew. Mew, genau. Mew! Und jetzt wäre das Video aus und ihr könnt den nächsten Teil später gucken. So, Mew ist da, aber wir machen hier XXL. Das heißt, Seatday, Endivie, Loreblood, Meganie, Feuerriegel. Das wäre toll, wenn man eine Freundin hätte, die nie meckert, oder? Meganie? Nehmt euch ein Beispiel. Girls of the World, ne? Igelava ist am Start. Schon wieder Triple H, ne? Hat jetzt ein anderes Kostüm an. Da ist natürlich auch, weil ich den in der Hyperliga mal probiert habe, Kani Marnie. Da freut sich der Isbo wieder. Ja, da war der Isbo am Seatday auch da, als Kani Marnie, als Seatday drin war, weil das ja sein absolutes Liebling ist. Tyrakrok, Impergator, Driblich. Visor. Visenior. Lady Bar. Lady Jan. X-Bad. Mann, bin ich hässlich. Mach weiter. Kein Problem, X-Bad. Danke für deine ehrliche... Dein Statement dazu. Lampi. Ähm. Landtouren. Pichu. Pichu mit Weihnachtshut. Pichu mit Partyhut. Pichu mit komischer Äschke. Pichu mit Blumenkranz. Äh. Pichu mit... Windermütze. Und mit... Jahresabschluss... Stammball auf den Kopf. Pii. Fluffeluff. Tockepii. Tockepii mit Blumenkranz. Tockepii. Tockepii. Äh. Äh. Wati. Ampharos. Ist aber auch wieder Seaday. Bluebella. Okay. Mere. Was man ja nicht mehr sehen kann. Hatte seinen Kampftag. Hatte seine begrenzte Forschung. Ist öfters Event-Pokémon. Azumarill. Hier mitgenommen. Mogelbaum. Sehr schönes Schierlieder-Pokémon. Quaxo kann weg. Griffel. Sonnenkern. Sonnflora. Mit Herz dran. Yanmar. Gab es auch mal zu einer Safari-Zone. Dann Felino. Moorlord. Psyjana. Psyjana mit Blumenkranz. Nachtara. Nachtara mit Blumenkranz. Kramurks. Und Kram... Chef. Wir sind immer noch nicht bei den Sino-Entwicklungen. Wir sind bei den Entwicklungssteinen gewesen. Aber nicht bei den Sino-Entwicklungen. Ne. Wir sind bei... Ich weiß nicht, wo wir sind. Ne. Das... Doch. Entwicklungssteine sind... Jetzt kommt das, was vorhin gefehlt hat. Und das, was jetzt ist, kommt aber dann später noch. Also so ungefähr. Lasho King auf jeden Fall am Start. Traunfugil. Ikognito. Das ist auf jeden Fall sehr speziell. Ikognito A. Ikognito C. Äh. G. Keine Ahnung, was das ist. L. O. R. T. U. Es gab ja bisher also... Ultra. In der... Ultra-Woche. Es gab G und O. Zum Go-Fast. Und es gab C. Bei den City-Spotlights. Wohin genau? Einmal männlich ohne Lippenstift. Einmal weiblich mit Lippenstift. Ist genauso nervig. Wohin genau? Mit Partyhut. Einmal männlich, einmal weiblich. Das sind wir sehr genau. Tanzer. Hatten wir schon Tanzer. Tanzer drin. Und hier... Jetzt muss ich extra... Forstelka. Ja, das ist... Tut mir leid. Ich hab... Der Punkt kann weg. Dann hat das vielleicht mal wieder seinen richtigen Namen. Dummisel. Moment, das muss ich hier abchecken. Jochen Fleckenstein. Verfolg dich jetzt. Während ich gerade das Video aufnehme, wird hier einfach der Kanal abonniert. Grüße an Jochen. Falls er das Video sieht. Skorgla. Auf jeden Fall am Start. Skorgla. Bubi-Score. Stahlos. Äh... Snubul. Gab's ja auch aus der begrenzten Forschung und so weiter. Da hab ich aber irgendwo... Das müsste dann aber Level 15 sein. Auch am Forschungstag ein Hunderter bekommen. Aus der Forschung als Shiny. Müsste das sein. Guckt euch das an. 100% Snubul aus der Forschung als Shiny. Also Snubul. Granbull. Müsste dann noch gleich. Irgendwann. Später. Granbull. Hier. Baldorfisch. Da ist die Faust zum Fisch geballt. Äh... Xerox. Xerox. Potrott. Potrott. Sneeble. 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 Shiny Crypto Sneeble. Hm. Und noch eins. Hm. Und noch eins. Das heißt... Guck, wir erlauben uns mal den Spaß. Nein, mach mal nicht. Dazu mach mal ein extra Video. Ich entwickle meine Shiny Cryptos. Na, das würde ich glaube, wenn ich es jetzt entwickle und dann bin ich eh wieder irgendwo in der Übersicht und dann... Ach, ich hab keine Ahnung. Nein, das ist das große Shiny Video. Wir entwickeln das jetzt einfach mal. Mal gucken mal. Wenn ich Pech hab... Was ist denn jetzt? Jetzt hängt es hier und da gleichzeitig. Ja. Das ist aber schön. Ich wollte sagen, wenn ich Pech hab, bin ich danach nämlich wieder normal in der Box und muss mir das wieder suchen. Oh, jetzt hat's endlich. Nach 10 Minuten. So kann man das Video natürlich auch strecken, indem man ein Pokémon entwickelt und es halt einfach nicht entwickeln geht und sich aufhängt. Geben wir jetzt mal drauf. Sneeble. Sneebuna. Shiny Crypto. Rode Augen. Yeah. Ja, guckt mich an. Eine Existenzberechtigung. Puff. Und wir sind wieder draußen. Ja, und das... Das habe ich befürchtet. Das heißt, wir müssen jetzt runter und müssen wieder ewig suchen. So sehen wir aber auch immer ungefähr den Fortschritt. Warte mal, wenn wir jetzt gerade mal hier waren bei... Kadabra. Wooo. Wir haben es geschafft. Kadabra ist wieder da. Ähm... So, jetzt müssen wir aber zum Sneeble kommen. Sneeble, Sneeble, Sneeble. Wenn das nochmal so ist, dann werde ich an der Seite den Button nehmen und runterziehen. Dann geht das wahrscheinlich besser. Als so. So. Ich hätte ja eigentlich von Haus aus so durchscrollen können. Und nur die, die interessant sind, groß machen. Ich wollte es aber anders drauf lassen. Sneeble, 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 Sneebuna. Kramschäf, irgendwas anderes. Jetzt kommen wir doch hier schon. Jetzt kommen wir hier. Jetzt sind wir da. Teddy Ursa. Die Ursache allen Teddys. Allen Übels. Ursa Ring. Das finde ich irgendwie toll. Das finde ich irgendwie komisch. Aber egal. Muss man nicht. Quiekel, Shiny, hatte auch einen Seeday. Also Quiekel weggeschoben. Keifel haben wir natürlich hier. Sieht einfach aus wie ein Heuhaufen. Botogel. Botogel mit Schleife. Jetzt muss ich schon wieder gucken. Christopher Fichtelmann verfolgt dich jetzt. Dankeschön, Christopher Fichtelmann. Botogel. Botogel mit Schleife. Was für eine heftige Schleife. Oder Panzer Aeron ist am Start. Hundduster. Darf natürlich auch Hundemon nicht fehlen. Hier, Hundemon. Seedra King. Jetzt kommen die ganzen Sinustein-Entwicklungsteile. Porygon 2. Warum habe ich da so viele gemacht? Darmhirplex. Das war es schon wieder. Darmhirplex. Darmhirplex mit Kostüm. Also mit Glöckchen. Farb-Igel. Noch ein Farb-Igel. Dann wieder die Babys. Kusilla. Kusilla mit Schleife. Das sind die Details. Elekit. Mein erstes habe ich damals vom Spooky Swaghetty gehabt. Dann haben wir hier, äh... McBee. Da steht es sogar. Miltank. Hytera. Hydera mit Schleife. Raikou. Raikou. Lucky. Moment. Hier. Raikou Lucky. Dann natürlich... Entei und Entei Lucky. Und der dritte von den Chaoden. Suikun. Plus... Suikun Lucky. Ja. Da sind wir fast... Ach nee, warte. Da kommt ja noch mehr. Lavita. Das zählt ja auch noch dazu. Lavita. Wieder Seaday Pokémon. Lavita. Pupita. Despotar. 98er. Stein. Damals in Coburg. Da sind wir noch um die feste Coburg gelaufen. Das waren noch Zeiten mit Corinna und Bob. Und Crystal. Und alle so. Oh, ein 98er. Geil. Und ich. Was das? Das ist ein Shiny bei mir. Bewertet. Heftig. Das waren Zeiten. Alles legit. Leider hat sich das Spiel stark verändert. Und es gibt auch keine Leute mehr, die es spielen. Lugia. Shiny. Mit Glück und mit ohne Glück. Lugia. Ho-Oh. Mit Shiny. Glück und ohne Glück. Äh. Wenn wir sie hier. Celebi. Das heißt, das ist jetzt fertig. Wir können weitergehen. Dritte Generation. Gekabor. Wieder Seaday Pokémon. Reptain. Gewaldro. Flamly. Wieder Seaday Pokémon. Jungglut. Und Logok. Logok. Hydropi. Seaday Pokémon. Aber auf jeden Fall das. Weiß ich nicht. Eines der coolsten und besten und nützlichsten Starter. Wir gehen einfach mal auf das nächste. Und hoffen, dass es hier von eins anzeigt. Ah Mann. Es ist immer noch Hydropi. Das ist sehr schön. Komm. Ein Hydropi wirst du uns doch wenigstens anzeigen können. Ihr wisst, wie Hydropi aussieht. Ja. Schon mal gesehen. Schon mal gegessen. Auf jeden Fall haben wir Hydropi. Morabell. Sumpex. Hier für den Premier Cup. Das riecht mich jetzt auf. Ich gehe jetzt extra wirklich zurück. Starte von hier durch. Und suche mir nochmal Hydropi. Hier. So. Hydropi. Hm. Ihr seht auf jeden Fall, dass da ein Hydropi ist. Ja. Es ist halt Hydropi einfach. Dann haben wir hier Pfiffchen am Start. Wir haben Magna Yen. Magna Yen. Genau. Wir haben Zickzacks. Zickzacks. Wir haben Gala Zickzacks. Als, äh, äh, Lucky. Wir haben nochmal Zickzacks Gala. Nochmal Zickzacks Gala. Nochmal Zickzacks Gala. Und das ist jetzt ganz besonders. Also hier kommt noch Gerardax dann. Aber das ist ja komplett egal. Das ist das kleinste. Das werde ich so lassen. Das ist das zweitkleinste. Das werde ich einmal weiterentwickeln. Jetzt exklusiv in diesem Video. Das werde ich jetzt entwickeln zu Gerardax. Und dann werden wir das andere, das höchste nehmen. Und werden das zu Barrikadax machen. Und ihr wisst genau. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich suche dieses Pokémon. Und ich werde Raids machen mit den ganzen kleinen Accounts überall hin und her. Jetzt haben wir hier also Gerardax auch als Shiny drin. Ich habe gesagt, ich brauche drei Stück für die Familie. Dann habe ich mich gefreut, weil ich die Familie voll hatte. Und dann habe ich gesagt, ich habe es geschafft. Wenn ich noch eins finde, dann werde ich eins verlosen. Und am Montag, letzter Tag, wo das da war, ist es passiert. Ich habe auf einem kleinen Account noch eins bekommen. Das fünfte Shiny Zickzacks. Das heißt, ich habe eins übrig. Nicht auf diesem Account, aber auf einem kleinen Account. Auf einem kleinen Account, was ich verlosen kann. Ja. Und jeder, der dieses Video jetzt hier guckt und sich wirklich die Zeit nimmt, das komplett zu gucken und alles und hin und her und sonst was, dem möchte ich die Gelegenheit geben, dass, ähm, das Shiny Zickzacks zu bekommen. Jetzt haben wir Barrikadax hier drinstehen, genau. Ihr seht also, na gut, das Barrikadax sieht man jetzt hier nicht. Das ist ja wieder Gala. Ihr seht den Unterschied aber Gerardax so, Gerardax so. Ihr seht den Unterschied hier Zickzack so, Zickzack so. Das ist Lucky, gut als Lucky, wir können das trotzdem mal durchentwickeln. Und ich möchte dem jetzt einen besonderen Namen geben. Und zwar nehmen wir den jetzt einfach... Ziggi der Boss, ja. Und das wird auch der Hashtag unter allen, die Bock haben, ein Shiny, äh, Zickzacks zu gewinnen. Schreibt mal bitte einen Kommentar unter dieses Video, wenn ihr Bock habt zu gewinnen. Schreibt halt, was euer Lieblings-Shiny ist oder welche Shinies euch noch fehlen, irgendwas. Schreibt einfach einen normalen Kommentar, wie ihr das sonst immer gemacht habt. Aber am Ende Hashtag Ziggi der Boss. Und dann weiß ich, dass euer Kommentar mit in die Lostrommel soll, um ein Shiny Zickzacks zu bekommen. Viele Leute werden sich das Video angucken, werden vielleicht noch 5 Minuten ausmachen, werden einen Kommentar drunter schreiben. Boah krass, viele Shinies, viele fehlen mir noch und das war's dann. Aber wer wirklich bis zu dieser Stelle geguckt hat und auch noch weiter guckt, der weiß, er kann seinen Kommentar abgeben, den er normalerweise gemacht hätte. Aber am Ende einfach Ziggi der Boss. Hashtag Ziggi der Boss. Und dann werden wir das an euch verlosen. Ich habe ja jetzt das Account-Gewinnspiel rausgehauen, wo wir am Montag dann auflösen würden. Und ich würde gar nichts weiter groß dazu sagen, sobald wir den Account rausgehauen am Montag, werde ich unter den Leuten von diesem Video hier nochmal ziehen und wir das gleich am Montag mitmachen. Also am Montag gibt es nicht nur die Account-Verlosung, sondern auch die Zickzacks-Verlosung. Habe ich mir jetzt ganz spontan mal so gedacht. So, jetzt haben wir Zickzacks hier also. Geradax, Geradax. Wir haben hier Waumpel. Waumpel auch ganz besonders. Waumpel. Da hat man auch so viele gebraucht. Waumpel hier mit Partyhut. Dann Schalocco, Papinella oder eben Panikon und Pudox. Da gab es keinen Trick, keinen Namenstrick. Das ging nicht nach Geschlecht. Das ging nicht nach irgendwas. Das war wirklich immer nur Zufall, was daraus wird. War ein bisschen tricky, dass man da wirklich dann alles bekommt. Pudox zeigt es hier leider auch wieder nicht an. Pudox zeigen wir euch kurz mal hier. So, ne. Nur, halt übelst hässlich einfach nur. Das, Papinella, das sieht wenigstens noch irgendwie ein bisschen elegant aus. Die ganzen Luturzel hier möchte ich euch eigentlich... Naja, wir sind eh schon vorbei. Luturzel, hässliche Farbe. Lombrero, ganz okay. Kappalörres, sehr lustiges Pokémon. Samurzel, Z-Day. Ja, komm, wir machen schnell weiter. Oh. Blanas. Mit seiner orangen Maske. Ist okay. Tengulis, ist okay. Schwalbini, okay. Schwalbini. Schwalbos. Vingul. Pellippa. Ich zeige es euch wieder so, einfach jetzt. Zeit zu sparen. Hier, Pellippa. Vor allem drücke ich wieder drauf. Damit ihr es nicht seht. Pellippa, genau, sieht so aus. Trasla, kennt ja jeder. Gehen wir mal hier runter. Trasla. Kirlia. Got a war. Bummels. Moontier. Da ist er. Moontier mit einer Feder auf dem Kopf. Roman Reigns. The head of the table. Was geht ab? Ja, Roman Reigns. Ich weiß gar nicht, warum ich den so genannt habe damals. Auf jeden Fall hier. Roman Reigns am Start. Ninkada. Ninjask. Makuhita. Ihr wisst alle, wie Makuhita aussieht. Hariyama. Schreckliches Lila, finde ich. Makuhita hier. Schön gelb mit diesen roten Boxerhandschuhen. Mit diesen roten Aspekten drin. Also Makuhita auf jeden Fall auch cooles Pokémon. Azuril am Start. Das Baby. Nasknet. Eneko. Enekorro. Zobiris. Zobiris mit Kostüm. Flunkiefer. Ja. Die epische Flunkieferjagd. Was habe ich damals Raids gemacht für das Teil? Stolunior. Jetzt würde ich mich freuen, wenn sowas wie Flunkiefer wieder kommt, was man nur aus Raids ziehen kann. Sowas wie auch Scheinux, Praktibalk, solche Sachen. Dafür habe ich jetzt die Accountarmee am Start. 18 Accounts. So kriegst du jedes Shiny. Schnell und einfach. Jedes Shiny bekommen. Also Stolunior. Stolrak. Stolos. Mediti. Ist auch am Start. Meditalis. Fritzl. Bitz. Blitz. Voltenzo. Plusle. Damals noch in der Tschechei gefangen. Als die gerade kam. Minun. Nehmen wir auch mit natürlich. Äh. Wolbit. Illumise. Roselia. Auch wieder Seed Day Pokémon. Das heißt, wir swipen wieder durch. Meine ersten Roselia habe ich trotzdem damals in Dortmund bei der Safari Zone bekommen, als ich mit der Crystal da unterwegs war. Das war noch eine coole Zeit. Dann irgendwann Seed Day, aber egal, man hatte das schon. Und das hat sehr gut auch zum Dortmunder Westfalen Park gepasst, das Pokémon, weil das einfach so eine schöne Fauna und Flora dort hat, der Park. So, Roselia. Roselia. Hier, Kanivania. Nochmal Kanivania. Wieder Kanivania. Ganz viele Kanivania. Krypto Kanivania. Aber haben wir nur eins? Müssen wir so lassen. Toheido. Oh, nur ein Tor. Ich könnte so viele Toheidos noch entwickeln. Weil mal. Auch hier einen ganzen Sack voll, glaube ich. Und. Weil Lord. Ja. Sehr lustiges Pokémon auf jeden Fall. Spoink. Ist am Start. Äh. Groink ist am Start. Pandir. Pandir. Pandir Nummer 1. Pandir Nummer 2. Die sehen wirklich unterschiedlich aus. Hier. Guckt euch das Muster an. Pandir Nummer 2. Pandir Nummer 3. Pandir Nummer 4. Muss das eigentlich sein. Kann das eigentlich sein? Ja. Das habe ich sogar doppelt. Genau. Pandir Nummer 4. Pandir Nummer 5. Pandir Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Und das Valentins. Shiny. Pandir mit dem gebrochenen Herzen auf dem Kopf. Knacklion. Wieder Seaday Pokémon. Alter. Was habe ich denn da gemacht? Mich alle weggeschmissen. Ein Knacklion. Ein Vibrava. Ein Libeldra. Hä? Knacklion Seaday verpasst. Warblue. Gut. Da gibt es bestimmt auch wieder 10.000. Die wir jetzt einfach hier schnell versuchen rüber zu wischen. Bis wir da zu Altaria kommen. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon für die Superliga. Also Altaria. Braucht man aber die Seaday-Attacke nicht unbedingt. Wie ich jetzt rausgefunden habe. Forscher haben herausgefunden. Dass man Altaria nicht unbedingt mit seiner Seaday-Attacke braucht. Sonst packen die da ja immer Attacken rein. Die für den Seaday bestimmt sind. Ach. Die für die GWL bestimmt sind. Am Seaday. Obwohl die Leute sich Raid-Attacken wünschen. Und sagen. Seaday-Attacke brauche ich nicht. Ich habe damals alles. Junge. Wie viel kommt dann noch? Warblue. Geh weg, Mann. Altaria. Altaria in der Superliga. Altaria einfach so. Sengo. Vipides. Lunerstein. Sonnenfell. Schmerbe. Surströming. Welser. Pupanz. Lepumentas. Lilieb. Willi. Anorit. Anorit. Hatten wir schon Anorit. Amaldo. Barschwa. Damals so schämig. Der Barschwa Forschungstag. Keins bekommen. Auf den kleinen Accounts. Da war eins. Da war eins. Mittlerweile wenn ein Forschungstag ist. Du wirst damit zugemüllt. Bis zum Ende. Aber der erste Forschungstag. Damals mit Barschwa. Das war das schlimmste Erlebnis was ich je hatte. Milotic. Formio. Haben wir hier. Als. Regentropfen. Formio als. Vor allem als Regentropfen. Als Lusttropfen. Das ist eigentlich der Hodensack. Ja. Guck. Das ist der Hodensack. Also die Normalversion. Das ist das Regen. Formio. Schuppet ist am Start. Banette ist am Start. Wirrlicht. Zum Glück stehen die Namen da. Zwicklop. Absol. Isso. Schnäppke. Fernandor. Perlu. Feldforschungsdurchbruch im Juni. Perlu. Mit den hässlichsten Weiterentwicklungen der Welt. Alabis. Unser Gannabis. Was ist das für ein. Sowas sieht man im Meeresaquarium. Wenn man durchläuft. Aber nicht weil man das sehen will. Sondern weil man die Haie sucht. Und plötzlich schwimmt sowas vorbei. Und dann will man sein Geld zurück. Libiskus. Kindwurm. Hier auch wieder. Seaday. Pokemon. Drashell. Und hier. Das auch sehr cool am Seaday. Bruderlander entwickelt. Seaday hat Tage. Glückstausch gehabt mit Pupsi. Gesagt. Komm wir tauschen beide unsere Bruderlander. Und es ist direkt ein Hunderter bei mir geworden. Das war noch letzte Zeiten. Richtig brutal. So musste das damals laufen. Tarnel. Auch Seaday. Tarnel. Metang. Metagross. Regirock. Jetzt ganz aktuell. Regirock. Shiny. Lucky. Regirock. So. Dann habt ihr Regie Ice. Shiny Lucky. Regie Ice. So. Hier passt sogar der Hintergrund irgendwie. Ich finde das voll schön dieses Bild. Äh. Regie Stil. Shiny Lucky. Und. So. Latio. Wow. Wie heißt der denn wieder? Latias. Latios. Latias. Äh. Normal Shiny. Lucky Shiny. 98er. Warum nicht? Latias. Okay. Und dann Latios natürlich. Müsste dann also grün sein. Habt ihr auch drin. Einmal als Lucky. Einmal als normales. Haben wir damals auch in Ilmenau eine Raidtour gemacht. Zum Beispiel mit Extreme und mit dem Horst of Death. Das waren auch noch coole Zeiten. Aber. Ich sage heutzutage das Spiel ist halt nicht mehr das was es mal war. Bei euch vielleicht schon. Bei uns halt hier leider nicht mehr so. Äh. Kyokre. Kyokre. Auch immer sehr schön. Auch Kyokre hier als Lucky Shiny natürlich mitgenommen. Dann müssten gleich Groudons kommen. Und Lucky Groudons. Da kann ich hier dann ein bisschen rumwühlen. Raik Vasa. Raik Vasa und Lucky Raik Vasa. Auch am Start. Wenn ihr einen epileptischen Anfall bekommt sagt Bescheid. Dioxys. In der keine Ahnung was Form. Initiative. Angriff. Keine Ahnung. Welche Dioxysform ist das? Schreibt es mir rein. Ich schreibe es nicht rein. Sonst ist ja der Gewinnspiel Kommentar kaputt. Nächste Generation. Shellast. Wieder Seaday Pokémon. Da können wir wieder rüber streifen. Shell K. Rein. Stell dir einen rein. Shell Terrar. Okay. Pan. Flam. Pan. Pyro. Pan. Ferno. Blinfa. Blinfa. Blibrin. Sanchez. Charate. Burmi. Das Grüne. Burmi mit grünes Umhang. Das gelbe Burmi. Das rosa Burmi. Dann die Entwicklungen davon. Nochmal das Grüne entwickelt. Zur Burmadам. Und das mit dem Sandumhang. Und das mit dem Träschumhang. Und Mutierpe. Da, wenn ihr ein Männliches entwickelt, dann wurde das Mutterbel und wenn ihr was Weibliches entwickelt Hat, wurden das immer Burmadams, wer das nicht kennt Auch ein bisschen tricky zu bekommen Alles Barmelin, Bojelin Amidiffel, Driftlon Driftzeppli Haspiror, Normal Und mit Mit Ich suche einen Blumenkrieg Blumenkranz, hier Haspiror mit Blumenkranz So, Schlappor Traunmagier Gramchef, Schamian Schamian Noch mehr Schamian, Schnurgarst Langsam komme ich ein bisschen Bedrängnis, weil ab 18 muss ich schon wieder streamen Aber vorher müsste ich eigentlich das Video Noch hochladen und noch ein GWL Video aufnehmen Es wird langsam ein bisschen knapp Äh, Bronzel Bronzong Mobei Pantimimi Vonera Vonera mit Blumenkranz Von FC Meri Deswegen habe ich dem auch alle meine Pokémon-Karten dann nachgegeben Als Dank Gröpuk Kaumalat Gröpuk auf jeden Fall auch sehr selten Dürfte man auch nur einmal haben Ähm Kaumalat Ja, Kaumalat Hat ja jetzt den Siede dann Ähm Wenn ihr das hier am Samstag seht Ist der Siede dann am Sonntag Also Seid gespannt Knacksel Knackrak hier auch dabei Knackrak nochmal glücklich Riolu Lucario Und natürlich Weil ich ja Lucky Shines nicht mag Noch ein Lucario Ein gelbes Hippopotas Hier auch wieder der Unterschied zwischen männlich Was das ist Und weiblich Was das ist Seht ihr weiblich Seht ihr männlich Seht ihr den Unterschied Ja, gut Da ist irgendwie das getauscht Braune Augen Gelber Schnabel Und hier Gelbe Augen Brauner Schnabel Und auch die Weiterentwicklung dann Hypoterus Männlich-Weiblich Ist ein Unterschied Der männliche Siehs mal heller Der weibliche Ist schon wieder Richtig pervers Pion Scora Pion Draghi Glibungel Glibungel mit Mütze Weil er so krass am Start ist Guckt mal So siehts aus Wenn ihr nachts Dunklen Gestalten Irgendwo im Park begegnet Und die euch Irgendwelche Sachen Andrehen wollen Die laufen auch so rum Toxikack Äh Quack Schneebedeck Hier auch Unterschied Männlich-Weiblich Das ist das männliche Das hat Zwei Streifen Auf dem Bauch Ja Und das ist das weibliche Das hat nur unten den Streifen Und oben ist es weiß Kann man mal drauf achten Äh Rex Blisa Auch der Unterschied Männlich und weiblich Das männliche Hat Bart Und hier ein bisschen Brusthaare Aber die Bart und Brusthaare Sind ungefähr gleich Und hier Das weibliche Das hat viel längere Brusthaare Fulipurba Und Fulipurba Mit Blumenkranz Glaziola Glaziola mit Blumenkranz Skorgro Mammutell Oder Mammudel Porygon Z Auch noch ein paar Galagladi Voluminas Zwürfinst Frosdedje Push Also Wir sind angekommen Bei Heatran Heatran Warum wollte ich den Eigentlich pushen Ist der gut oder was Heatran mit Ach 98er Shiny Aus der Steiermark Österreich Äh 98er Heatran Shiny Okay Da gibt es natürlich Wieder das Lucky Shiny dabei Mhmmm Was haben wir hier Noch Für welche Anliegen Deren Giratina Lucky Shiny Und natürlich Giratina Shiny So Jetzt hat sich das Bild Wieder beruhigt Ähm Dann müsste Giratina Fliegen kommen Und Als fliegendes Shiny Auch noch Hinterher Hä Ich glaube Ja Da hat es Da hat es gereicht Dass man den Lucky Eintrag Mit dem Shiny Hat Also ein Fliegendes Shiny Lucky Habe ich jetzt nicht Aber könnte ich mir Vielleicht noch tauschen Dann haben wir hier Griselia Als Shiny Lucky Und Griselia Ohne Lucky Aber trotzdem als Shiny Dann haben wir Dark rein Natürlich Kann man ja nicht tauschen Den muss man sich so Raiden Und es ist kein Es ist kein Halloween Pokémon Das gab es auch Anfang des Jahres Schon mal so Zwischendurch Ohne dass Halloween war Dann haben wir hier Serbifoi Wieder Seatday Pokémon Dann können wir wieder Durchwühlen Moment Durchwühlen Serbifoi So Serbifoi Boah Das ist schon wieder alles so Richtig Serbifoi Evo Serb Serbiroyal Dann haben wir hier Nagelotz Mit den blauen Augen Nagelotz Und guck mal da Mit Warnweste Jorglev Terribark Bisbark Dusselgur Navitaub Fasernub Da ist auch wieder ein Unterschied Zwischen männlich und weiblich Also ihr seht hier Dusselgur Navitaub Das ist das männliche Das hat hier so eine Komische Clubmaske auf Wenn es hier nachts In den In den Voyeur Club geht Darf es nicht erkannt werden Plus eine Lederweste Weil die ist gut abwaschbar Und das weibliche Sieht halt Hat so eine richtige Hardcore Lesbenfrisur Wenn ihr mich fragt Ich glaube irgendwie sieht das männliche Weibliche aus Als das weibliche Irgendwie sieht das aus Wie der Kerl Ja Digga Es geht ab Und hier so Oh Aber ich Ich mach das sonst nie Ich möchte nicht erkannt werden Irgendwie haben die die Rollen getauscht Irgendwie Kießling Sedimentur Brogolos Auch am Start Vielleicht Doch Da ist er doch Fleck Noil Fleck Noil Äh Boah Jetzt muss ich nachgucken Flitiamo Das Teil ist so sinnlos Dass ich da nicht mal Mehr den Namen weiß Braktibalk Stripoli Meistergriff Lito Mif Was es am Dienstag in der Spotlightstunde gab Casteliff Makabaya Auch sehr selten Genau wie Echna toll Dann die Weiterentwicklung Gab es nur im Halloween Event bis jetzt Und hatte nur eine 1 zu 54er Rate Hat nicht jeder bekommen Äh Unratütox Die Ponytox Relativ neu auch dabei Pico Chilla Äh Und Chilla Bell Müsste dann kommen Ja Chilla Bell Genau Mammolita Cassadur Tentantel Klick Klick Klack Klickdi Klack Kommen wir vor wie im Kindergarten manchmal Petsniv Äh Petsniv mit Schleife Noch mehr Petsniv mit Schleife Siberio Geronimatz Waschak Will Auch Mega seltenes Shiny Geronimatz an sich Gab es bisher nur kurz mal dann aus Raids so Und mit einer 1 zu 450er Rate Kaum jemand hat das bekommen Hier leider auch noch ein Äh Lucky dabei Dann haben wir Furnifras Wir haben Vermikula Vom letzten GoFest Kapuno Duodino Und Trigephalo Cobalium Natürlich auch wieder auch als Lucky Und als normales Shiny Terrakium Normal Und auch als Lucky Äh Viridium Normal Und auch als Lucky Äh Boreos Boreos Lucky Und normal Voldolos Lucky Und normal Demeteros Lucky Und normal Genesekt Kann man ja nicht tauschen Glaube ich Deswegen gibt es nicht als Lucky Genesekt Macht schon wieder Faxen Muss ich jetzt runter scrollen Muss Genesekt suchen Ja Ich meine das andere hat sich auch immer reguliert Ja ich glaube wir suchen mal Genesekt Fix Und dann sehen wir nämlich dass wir trotzdem schon weit unten sind Und es eigentlich gar nicht mehr so viel sein kann Genesekt Genesekt Nächsten Starter Die Babys Die ganzen Heftigen Legendären Also wir sind eigentlich fast am Ende So wie es aussieht Hier dazwischen seht ihr Genesekt 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 halt richtig knallrot Finde ich auf jeden Fall sehr genial gemacht Jetzt funktioniert es auf einmal Ja Gut Genesekt Skobbel Haben wir da noch hier Skobbeldi hopp Ganz viele Skobbel So viele Hasen Oh mein Gott Grabbit Hat mir vorher natürlich besser gefallen Wo man richtig gesehen hat Dass er so einen Marskrug auf dem Bauch hat Schön Äh Äh Blondes Mars Und jetzt ist es halt Cola Weizen Oder sowas Der jetzt mit sich rumträgt Datiri Auch Sea Day Pokemon Also Datiri Habt ihr auch einen ganzen Sack voll hier an An kleinen Vieh Was Mist macht Datiri 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 Ja Ich muss unbedingt mal bei den Gerade bei den Sea Day Pokemon Die sind ja nicht mehr selten Die haben so viele Leute So viele davon Da brauch Kannst du nicht mal jemanden ködern Und was tauschen Weil es einfach schon jeder hat Und der es nicht hat Und nicht gespielt hat Der spielt wahrscheinlich sonst auch nicht Und braucht es gar nicht Datignis Und Fiaro Das ist sehr schön Ähm Joa Fedinara Ganz frisch und neu Ohne Und mit Blüten Kranz Meltan Melmetal Und Glücks Shiny Melmetal Mit 98% Das war auch sehr cool Geht auf jeden Fall ab Könnte man auch mal noch hochziehen Als so ein 98er Wieso nicht Äh Ziggy der Boss Dürfte jetzt eigentlich das letzte sein Genau Wir haben hier Barrikadax Und wir haben Ziggy der Boss hier als die zwei letzten und neuesten Shinies Und Das war es eigentlich Das waren alle Shinies die ich habe Und das waren theoretisch alle Shinies die es gibt Wenn euch irgendein Shiny aufgefallen ist Was hier jetzt gefehlt hat Könnt ihr das natürlich auch mal in die Kommentare schreiben Ja Außer ihr wollt beim Gewinnspiel mitmachen Dann versucht es in euren Gewinnspiel Kommentar mit rein zu schreiben Weil wenn ihr zwei habt Und nur der eine wird gezogen Wo nicht der Hashtag drin ist Dann habt ihr Pech Also Alles kein Problem Das war meine Shiny Sammlung für Samstag Jetzt muss ich noch fix GBL aufnehmen Dann schon wieder einen Stream machen Dann die anderen ganzen Sachen Naturin kommt nämlich heute Abend Wie gesagt Äh Schreibt was nettes rein Und wer Bock hat Ein Barrikadax Ein Ein Zickzacks zu gewinnen Weiß ja hoffentlich jetzt Was er zu tun hat Auflösung dann auch am Montag 21 Uhr Direkt nach der Account Verlosung Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses